so meine lieben knechle draußen hallo zurück zu einer weiteren folge offens so ich krieg da irgendwie für keinen vernünftigen einschlag kennen wir wissen das muss ich noch mal lernen oder auch gar nicht wir verzichten einfach darauf und gehen jetzt mal zurück zu den weisen nein mika also in der letzten folge ist worden mit diesem hunted chat eingeladen ach so und ich werde das genau das ist wichtigste ich habe mit der guten janine die kennt auch glaube ich die kennt ich glaube jeder von euch kennt die ist ja eine die da arbeitet bei reality games und die hat mir einen alternativen weg gezeigt hat sie mir aufgenommen ohne sprache das material dafür verwenden was ist wenn ich das hier alles ablehne welches alles hier scheiße finde und die gruppe verlassen möchte so da gibt es nämlich noch ein autoren chat und den schneide ich dann jetzt rein quasi wenn ich die da ich da ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, ich muss mir einen Zapfen von Hans Günther mal ausholen. Leute, ich gehe jetzt nochmal eben zum Auto. Vielleicht habe ich ja die Tasche ja einfach übersehen. Mach das mal. Hast dich ja eben schon von der Arbeit gedrückt. Ja, aber Laufen ist ja zum Auto laufen, weil du weißt, wo das Auto steht, ne? Ja, ja, ich habe verstanden. Doof, dass wir die Autos so weit weg parken mussten. Jo. Aber hast ja selbst gesehen, wie zugewachsen das hier alles ist. Da war kein Durchkommen. Und wenn du schon mal dabei bist, bring doch die restlichen Schlafsäcke mit. Auf dem harten Boden Schlafsäcke. Ja, aber da hast du noch genügend. Das ist doch eine Innenanstalt. Da kannst du doch da hier... Hält dich Jarek nicht mehr warm? What? Ich darf ja nicht mehr. So, Leute. Jetzt erwart ihr, dass wir fertig werden. Ich übernehme noch die zwei Kameras im Treppenhaus. Befürchte, wir werden heute eh nicht mehr alle installiert bekommen. Meine doofe Frage. Was sollen die Kameras eigentlich aufnehmen? Wie viele Kameras habt ihr denn? Tut mir leid, dass ich euch von hier aus nicht helfen kann. Dann lasse ich euch besser mal in Ruhe arbeiten. Ja, was sollen wir da die Kameras aufnehmen? Irgendwelche deponierten Puppen. Warte, Tomji. What? Jetzt sollen wir auf einmal warten? Könnte sein, dass wir gleich noch kurz eine Hilfe benötigen. Ja, alles klar. Ich helfe ja gerne von hier aus. Ich erkläre es dir, sobald wir die restlichen Camps angeschlossen haben. Ja, wieso der Aufwand, wenn ihr doch gar nicht an Geister glaubt? Okay, diese Frage... Unsere Fans glauben aber daran. Der Großteil, zumindest. Und sie stehen total auf diesem Paranormal Activity Look. Du glaubst ja gar nicht, was die ganzen Kameras so einfangen, wenn sie mal ein paar Stunden aufnehmen. Hier bewegt sich ein alter Vorhang im Wind. Da läuft eine Ratte durchs Bild. Ja, das ist der spooky Ratten durchs Bild laufen. Wunders wirft ein Baum einen gruseligen Schatten ins Zimmer. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Klingt für mich eher langweilig. Und das kommt bei euren Fans so gut an. Ihr hilft da bestimmt noch nach, Alter. Jede Wette. Absolut. Wart's ab. Bei so vielen Aufnahmen ist immer etwas Gruseliges dabei. Deshalb ja auch die Bewegungssensoren. Ey, hört mal. Damit sie auch wirklich auf alles anspringt, haben wir sie auf extra empfindlich gestellt. Ah ja, so Staub kommt viel vor... Habt ihr das gesehen? Tja, und was soll ich sagen? Das Material. Cool zusammengeschnitten. Ein paar selbstgemachte Grusel-Effekte. Siehste. Spooky Musik und ein paar gruselige Geräusche. Fertig ist das Geister-Video. Gut erklärt, äh, erklärt Bär. Können wir dann jetzt weitermachen? Mika, hast du den Schlafsaal soweit verkabelt? Ist sie schon wieder da? Ja, das volle Programm. Immerhin lag hier das Foto mit der Nummer drauf. Zwei Kameras, ein Bewegungs- und ein Wärmesensor. Wow, hört mal. Ihr fahrt ja richtig auf. Klingt ziemlich professionell. Könnt ihr das dann auch sehen, was die Kameras aufzeichnet? Woher kriegt ihr eigentlich den Strom für das Ganze? Generator dabei. Die laufen über Akku. Wow. Super Akkus. Und für den Fall, dass wir mal nachladen müssen, haben wir noch einen kleinen Generator dabei. Generator dabei. Bei unseren ersten Trips sind uns ständig die Akkus ausgegangen. Natürlich sind sie das. Aber seit wir uns den Generator zugelegt haben, ist alles tutti frutti. Leute, geht's eigentlich euch auch so? Dieses Gebäude erinnert mich voll an dieses alte Hotel, wo wir letztes Jahr waren. Fertig ist das Geister-Video. Erinnere mich bloß nicht daran. Da wird mir heute noch flau im Magen. Krass, wie findet man denn solche verlassenen Orte? Das kann schon ziemlich knifflig werden. Solche Orte wirst du nicht einfach im Internet finden. Dieses Krankenhaus ist verlassen. Kommt alle her und schaut euch das an. Genau, das ist das eben halt, ne. Und dann wird nur noch Blut deponiert. Hab schon einige Lost Place Bilder gesehen mit Blut im Operationssaal. Man findet zwar Bilder und andere Sachen im Netz, aber keine Adressen. Die musst du selber recherchieren und ausfindig machen. Oft hören wir auch nur von einem Gebiet, in dem das Gebäude liegen soll. Google Maps ist da sehr hilfreich. Wenn du dort die Satellitenkarte aktivierst, kannst du das Gebiet nach dem Gebäude absuchen. Mühsam, aber du freust dich, wenn du finnig geworden bist. Nur dieses verlassen Hotel in der Nähe der organischen Grenze. Das hättest du besser nicht entdeckt. Ja, die Bude stand auch schon wenig leer. Ja, die Bude stand auch schon ewig leer. Total baufällig. Ja, da fehlte teilweise der ganze Teil der Fassade. Das war echt lebensgefährlich. Sandy war gerade dabei, eine Kamera in dritten Stock zu installieren. Und hat dabei ein paar Tauben aufgeschreckt. Ja, und eins der Fächer ist mir genau ins Gesicht geflogen. Ich konnte mich noch im letzten Moment an einem Stahlträger festhalten. Ansonsten werde ich die gesamten drei Stockwerke tief gestört sein. Der Mäste heute nicht mehr so da. So, Kinderchen, wir belassen das. Ich versuche das nochmal reinzuschneiden, was Janine mir geschickt hat. Danke, Janine, für die Aufnahmen. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und tschüssli, müßli. Tschüssli. Tschüssli. Vielen Dank.